Hi, mein Name ist Janneke Mutzin und ich bin hier bei Gründer.de und arbeite als Key Account Manager hier im Team. Was macht ein Key Account Manager? Ich bin sozusagen die Schlüsselperson zu außenstehenden Persönlichkeiten, zu anderen Unternehmen oder auch Privatpersonen. Beispielsweise kannst du dir vorstellen, wenn wir mit einem Kunden, mit einem potenziellen Partner telefonieren aus dem Privatbereich und er möchte sich eine Selbstständigkeit aufbauen, ist meine Aufgabe dort den Kontakt herzustellen zwischen Thomas und der Privatperson, aber erstmal im telefonischen Kontakt. Wir schauen, welches Problem hat unser Gesprächspartner und wie kreieren wir dort eine Lösung. Ja, und diese Lösung bieten wir ihm dann schlussendlich auch an. Oder wenn wir mit anderen Firmen telefonieren, wo es dann um eine Zusammenarbeit geht, zum Beispiel zu der Contra, eins der bekanntesten und erfolgreichsten Online-Marketing-Events hier im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Zusammenarbeit geht. Jetzt müssen wir erstmal darüber nachdenken, was ist jetzt genau eine Eigenschaft. Wenn ich das auf drei Worte zurückführen sollte, ist es auf jeden Fall das Thema Flexibilität. Du musst äußerst flexibel sein in diesem Job. Du musst lernen, auf jeden verschiedenen Kundentypen eingehen zu können. Das zweite ist Challengen. Was meine ich damit? Du musst auf jeden Fall jeden Tag bereit sein, wirklich jeden Tag bereit sein, sehr aus deiner Komfortzone herauszugehen, dich selbst zu challengen, um zu sehen, dass du wirklich eine hohe Schlagzahl an Kontaktversuchen machst, um deinen Traumkunden erreichen zu können und natürlich auch zum erfolgreichen Telefon- oder Kontaktabschluss zu führen. Und die dritte Eigenschaft ist Eigeninitiative Verantwortung. Das heißt, du bist selbst für deinen Erfolg verantwortlich. Tust du viel? Bekommst du viel? Netzwerkst du viel? Hast du ein großes Portfolio an möglichen Partnern, mit denen du in der Zukunft zusammenarbeiten kannst. Also du siehst, dass die Tätigkeit als Key-Account-Manager sehr, sehr facettenreich ist und du alles wirklich machen kannst, mit einem Telefon oder einer Kamera in einem Zoom-Gespräch beispielsweise. Der größte Nachteil ist, dass es vielleicht keinen Nachteil gibt. Schau, wenn du kommunikativ bist, wenn du Lust hast, eigenverantwortlich dein Einkommen beispielsweise selber bestimmen zu wollen, wenn du Lust hast, wirklich was Großes, was Schönes zu reißen, große Projekte zu erfüllen, eine Schlüsselperson in einem Unternehmen zu sein, dann ist das wundervoll für dich. Wenn du aber sagst, hey, du bist eher introvertiert, du hast keine Lust auf einen Telefonkontakt, auf einen persönlichen Kontakt, du bist eher so ein bisschen scheu und siehst jetzt tendenziell auch nicht die Veränderung, dass das in naher Zukunft anders aussieht, dann ist der Job vielleicht nichts für dich. Wenn du aber Lust hast, richtig was zu bewegen, wenn du Lust hast auf Kommunikation, dann steht dir die Welt offen und du wirst hier Großes erreichen können. Telefonieren, Kontakte knüpfen, telefonieren, wirklich dir selber auch Strukturen basteln, also sei da ein bisschen auch selbstkritisch dir gegenüber, ob die bestehenden Prozesse vielleicht wunderbar sind oder gibt es vielleicht auch andere Netzwerkmöglichkeiten. Sei flexibel, fang an zu netzwerken auf Social Media, fang an zu telefonieren und mach Termine. Kurzer Insider, kurzer Tipp direkt schon für jeden Key Account Manager oder beginnend Key Account Manager. Fang an, Kontakte zu machen, weil jeder Kontakt ist zumindest die 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit stattfindet. Insofern habe ich mein Daily Business gerade gesagt in drei Worten, Kontakte knüpfen, telefonieren oder Zoom callen, Termine machen und eine erfolgreiche Zusammenarbeit feiern. Und ein Tipp möchte ich dir gerne noch mitgeben als vielleicht potenzieller Key Account Manager. Es gibt dieses Gerücht, man muss geboren sein, um ein Verkäufer zu sein. Man muss geboren sein, um in der Rhetorik stark zu sein. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Das ist Geschichte, das ist völliger Quatsch. Jeder ist in der Lage, heutzutage Verkaufen, Kommunikation, Rhetorik zu lernen und das einfach nur mittels eines Buches, beispielsweise. Also lass dir nichts Schlechtes einreden. Bild dir selber dein Umfeld. Wenn du wirklich Lust hast, was Großes zu bewegen, bild dir selber dein Umfeld, in dem du dich bewegen möchtest, die das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Und mach es einfach. Gehe wirklich deinen Traum, wenn es als Key Account Manager ist, wunderbar. Lerne Kommunikation, lerne Rhetorik und werd gut in dem, was du sein möchtest. Gehe einfach Vollgas voraus. Und wenn es keine Key Account Manager Stelle ist, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du genau das findest, was dich begeistert, was dich ausmacht als charismatische Persönlichkeit. Ich wünsche dir alles Gute für deinen zukünftigen Weg, dass du deine richtige Position in deinem Leben finden wirst.